Der PC wird gesichert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Synthic Snipes. Ja, gut, wenn er sich nicht bewegt, kann ich ihn auch schnell quickscopen, wenn er sich in die Ecke stellt. Ich bin natürlich spät in diese Lobby reingekommen, weil ich das immer tue. Das kotzt mich an, weil ich halt einfach nur die Hälfte der Zeit habe, aber... Ich mein... Was willst du tun? Auf deiner Stirn steht... Hurensohn! Oho! Gangster ist am Mikrofon. Was willst du tun? Was? Wie, der hat nicht getroffen. Dafür halt der. Ich treffe den ersten Versuch meistens nicht. Boah, aber ich bin jetzt schon echt lang... Ich hab schon lange überlebt, muss ich sagen. Ungewöhnlich so als Sniper. Und ich hol die auch hier ganz gut weg. Boah, das ist einfach die Empfindlichkeit zu niedrig. Wenn ich hier einen spontan holen soll... Oh. Na ja, gut. Kann man mit leben, denke ich mal. Das nervt mich nur, dass ich immer so spät in die Dinger reinkomme. Die Dinger ist schwer. Ja. Komm, schau, schau! Was? Hitmarker, alter Finne. Der war ganz schön nice gewesen unter den Hitmarker. Na, wenn man sich mal ein bisschen eingesnipet hat, dann geht's auch besser. Wie, glaube ich, jeder Situation in diesem Spiel. Oh, fuck. Ich hasse es, wenn man nicht richtig nahe lädt und dann halt gleich weiter sprintet, und dann das Nachladen abgebrochen ist. Oh, den hole ich mir. Zack, Schamblut rutscht sich am Stüssel. Oh, oh, oh. Na, ist Wallbang, alter, was denn hier los? Was ist denn hier los? Wer ist der Gottkönig? Der Gottkönig. Oh, nein. Geh weg. Geh weg. Oh, je. Mein Gott. Ah. Wir verlieren Bravo. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Komm, jetzt holen wir uns den Sniper-Tarn-Heli. Ah, ein Stüssel. Okay. Ja, wenn man in zwei Leute reinlauft. Äh. Wenn man in zwei Leute reinlauft. Ich bin ein Ausländer. Ich darf das... Ja. Mei. Boah. Scheiß, C4, alter. Der Sniper-Gott ist zurück. Um das ungewaschene Volk zu erlösen. Geht halt echt wohl ab. Ich mein. Komm, komm. Der trifft. Ah, wäre das geil gewesen. Einfach nur. Und der Typ ist halt eher so der Löffel bei einer Messerstecherei. Ah, fuck. Naja, auf jeden Fall überdope Runde, finde ich. Bin zwar ein bisschen später ins Spiel reingekommen, aber... Hab sie doch dann ganz gut weggeholt. Ich bin dafür, dass ich kein gescheiter Sniper bin. War das ja schon ganz okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.